Willkommen in unserer kleinen Show, in der wir normalerweise eure Welt erforschen. Dieses Mal möchten wir jedoch von einem Erlebnis an Bord dieses unseres Forschungsschiffs berichten, welches sich für euch neulich, nach unserer Zeitrechnung demnächst, ereignet hat. Während eines weitgehend ruhigen Raumfluges saßen wir in der Kuppel, genossen die Aussicht bei Tee und Schwmolk, als unser Aktivfeldsensor um einen Klumpenhaufen meldete. Sowas kann ins Auge gehen. Schnell in die Steuerungshau bitzen. Ich bin der Nen, ich bin der Nen, nur der Nen, die Nen, die Nen, die Nen landen geschätzt, so können wir mit dem definitelyen Raumfl revenir, die Nen, die Nen, kennenlernen sie wollen. Oh, oh, oh. Das war's. 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 Das war's.